So, hallo zusammen. Das ist der Schneidestichel, das ist ein Lautsprecher mit einer Brücke, die ist in der Mitte festgeklebt, mit einer Nadel und da schneiden wir jetzt eine Schaltanle. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Also wenn ihr nicht wisst, was ihr mit den alten CDs machen sollt, nehmt sie einfach neu auf. Der Plattenspieler steht schräg, weil er kein Antiskating hat, sonst würde die Nadel springen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020